Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Borddorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer schickt Sie? Der Angriff Steiner ist ein Befehl! 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 Angriff Steiner ist ein Befehl! Das ist ein Befehl! Thürp! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Ich hätte Widerstand in den Weg gelegt. Ich hätte gut daran getan, um alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen wie Stalin. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Verräter. Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen. Sie werden in ihrem eigenen Blut saufen. Bitte gerne. Jetzt beruhige dich doch. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Und der ist noch etwas zu vorstellen. Immer beginnende Erinnerung von Spänen. Die hat die Kugel durch den Kopf. Ich bin jemandem. Und ich bin jemandem. Ich bin jemandem. Und ich bin jemandem. Vielen Dank.